so was geht es ist der erste teil vom afro studio blog und ich bin gerade auf dem weg zu malte es ist samstag es ist scheiß kalt und jetzt gucken wir mal was heute so geht bis dann leute ich glaube das ist okay wenn das dann so ein platt ist mir nicht passiert was schnitt ist ich mache kurz so ein ultrazoom richtig geil für euch versorgt deine wunden für die nächste runde kannst du für was bist du eigentlich da also ich ich mache ich drehen meter zu hoch soll ich jetzt rekord drücken das sind die texte von felix nimm die spannung raus komm runter versorgt deine wunden mach dich bereit für die nächste runde jetzt zählt jede sekunde das ist immer noch latenz warte nimm die spannung raus komm runter versorgt deine wunden mach dich bereit für die nächste runde jetzt zählt jede sekunde ja so scheiße so geht es nicht so kann man nicht arbeiten ja schon nächstes mal ist wieder was anderes dann habe ich einfach mal so dann ruf ja bitte dann hören wir uns nochmal ja äger ja 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 Vielen Dank.